So ihr Lieben und heute gibt es wieder ein Video zum Thema Selbstliebe. Es geht darum, wie man seiner Agenda folgt und was überhaupt die eigene Agenda ist. Mein Name ist Claudia Bignon und ich bin Ärztin für Stressmedizin. Seit meiner Kindheit verfolgt mich ein Spruch von Goethe, den habe ich mit der Muttermilch im wahrsten Sinne aufgesogen und der geht folgendermaßen, wer mit dem Leben spielt, kommt nie zurecht, wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer ein Knecht. Ist auch so ein schöner Spruch für das Poesiealbum gewesen und wenn man das so internalisiert hat, dann hat man einen Plan und den hatte ich bereits schon im Kindergarten, damals in Mailand und da habe ich allen verkündet, a casa comando io, zuhause bestimme ich und im Grunde genommen, wenn ich mich zurück erinnere, wollte ich immer erwachsen werden, damit ich mein Leben in die Hand nehmen kann und selbstbestimmt sein kann und darum soll es jetzt auch im Folgenden gehen. Häufig weiß man ja gar nicht, was steht so auf meiner Agenda, was habe ich jetzt eigentlich vor mit meinem Leben. Ich habe das im Prinzip auch zu den Zeiten in der Oberstufe nicht wirklich gewusst, aber eins wusste ich, ich wollte unbedingt in die USA und ich bin auch mit 18 ausgewandert und das war also ein Punkt auf meiner Agenda, da konnte mich auch keiner von abbringen. Ich habe das gut vorbereitet, habe mir überlegt, wo ich hin will und hatte zwei Jobs, die ich benutzte, um mein Geld zu verdienen, damit ich mir auch das Ticket leisten konnte und die erste Zeit also unbeschadet quasi in den USA verbringen konnte. Und jetzt ist die Frage, was ist denn so auf eurer Agenda? Habt ihr euch mal überlegt, wo soll es eigentlich hingehen und was möchte ich eigentlich? Also für mich persönlich war es so, auch wieder durch die Mutter bestimmt, dass ich unabhängig sein wollte, vor allen Dingen finanziell und mir überlegt habe, einen guten Job zu haben, damit ich mir schöne Dinge leisten kann und so, wenn wir jetzt mal vom Hören sagen, die Gabi Hauptmann nimmt, die hat schon als junge Frau offensichtlich gesagt, ich werde mal Schriftstellerin und ich verdiene damit einen Haufen Geld und ich fahre einen Porsche, habe ein Haus am See und will reiten und habe auch eigene Pferde und das hat die umgesetzt und so, das finde ich so bemerkenswert, wie Menschen also so genaue Vorstellungen vom Leben haben. In einem Buch habe ich mal auch von einer Frau gelernt, die hat irgendwas studiert und hat dann sich ausgerechnet, dass mit dem Job sie das nie verdienen kann, was sie sich so vorstellt und sie hat umgedacht und hat den Beruf gewechselt, um einfach zu sagen, ja unter dem Strich kommt jetzt so viel raus, das will ich haben. Und so hat halt jeder seine Agenda, das muss auch nicht unbedingt beruflich sein. Sehr schön finde ich das auch, wenn Frauen noch so die traditionelle Rolle übernehmen und sagen, ich möchte mal vier oder fünf Kinder haben und möchte daheim sein und Mutter sein und das ist jetzt, wo die Frauen etwas selbstständiger geworden sind, etwas in den Hintergrund getreten, aber auch sowas kann auf der Agenda stehen und dann ist es wichtig, dass man einen Partner findet, der das auch gerne möchte. Ja und jetzt wäre es also für euch mal so zum Überlegen, was möchtet ihr gerne und warum ist es wichtig, wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer ein Knecht, nämlich, sonst kommen andere und die sagen euch, was ihr für sie tun könnt. Wenn ihr jetzt einen Freund habt, der ein großes Haus hat und Garten, dann kann der euch ja fast jedes Wochenende anstellen und sagen, ach komm, hilf mir mal im Garten und die Wand muss mal gestrichen werden und ach, das eine Zimmer möchte ich mal neu tapezieren und hier möchte ich eine Holzdecke einziehen und da möchte ich ein paar Fliesen legen und schon seid ihr quasi im Leben dieses anderen Menschen mit eingebunden und wenn jetzt im Zweifelsfall so eine Beziehung auseinander geht, dann habt ihr sehr viel für diesen anderen Menschen getan, aber selber seid ihr auf der Strecke geblieben, weil ihr eure eigene Agenda nicht hattet und euer Ziel nicht verfolgt habt. Und das alles hat was mit Selbstliebe zu tun, dass man halt auf sich aufpasst und auch auf seine Zukunft achtet und auf sein eigenes Fortkommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder über Daumen hoch und über Abonnenten und natürlich wäre es auch ganz klasse, wenn ihr das mit euren Freunden teilt, denn so kommt man auch zu was im Leben. Viel Spaß mit eurer Agenda und gerne lese ich auch in den Kommentaren, was ihr dazu zu sagen habt. Bis bald im nächsten Video. Ciao, ciao, eure Claudia Bignon.